Moin moin und hallo, hier ist der KKPC Player, wieder dabei hier bei Infestation und dabei ist auch der Zetomek HD, Hallialöne. Hi. Ja, und wir beginnen jetzt auch die Invasion nach Delta Peak. Ja, Delta Peak. Wollen wir noch vorher Vollstale mitnehmen? Supermarkt? Ja, das ist ja super. Können wir machen. Warte mal, ich gucke mal auf die Uhr. 22,4, das wird langsam dunkler, immer dunkler. Wobei, ich glaube, diese Nacht bleibt der Mond auch relativ draußen, das heißt, wir sehen auch viel. Du kannst hier ruhig runterspringen, du verlierst, glaube ich, warte, ich teste es. Ja, du verlierst kein Leben. Also, das heißt, wenn ich jetzt hier runterfalle, verliere ich nichts. Ja, ist noch ein bisschen verpackt mit dem Fallschaden. Na, ich bin ja mal vom Berge fallen und habe ein halbes Leben kaputt bekommen. Boah. So. So. Hopp. 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 Hoop. Bei mir macht es. Hoop. Hopp. 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 Hoop. 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 Sopa wippie! Super Mario! Ah ja ja. So da hinten ist die Stadt. Und wenn ich sterbe, dann verliere ich hier kaum was. Das ist das Gute daran. Die AKM ist ja in Sicherheit. Sehr gut. So. Okay, was sehe ich da schon mal? Ich sehe da... Ich sehe nichts. Warte mal. Wir sind so dunkel. Ich stelle mal die Helligkeit kurz ein bisschen. Ein Zombie. Mindestens eins, zwei, drei liegende Zombie. Also ich sehe schon relativ was. Ja, jetzt sehe ich schon mehr. Ich muss die Helligkeit ein bisschen einstellen. Ja, wegen der Spielatmosphäre mache ich das dafür nicht. Und wenn ihr euch dann beschwert, dass es so dunkel ist, sorry, aber in der Nacht ist es so. Hm. Und ich finde es auch mal faszinierend, wie es in der Nacht aussieht. Denn seht du mich... Ich spiele lieber tags. Ja, das wollte ich sagen. Vielen gefällt die Nacht nicht. Aber in der Nacht kann man unbemerkt von einem Ort zum anderen kommen. Ja, das stimmt auch wieder. Nur man weiß nicht, wo man hintritt, weil die liegen ja meistens auf dem Boden. Ja, dafür habe ich auch meine Nachtsichtgeräte irgendwo noch zu liegen. So, ich nehme den ersten hier. In Ordnung, ich decke dir ein bisschen halbwegs den Rücken. Gut. Gut, Achtung, da, wenn wir durch die Lücke gehen, da steht ein Zombie vor. Ah, okay. Gut, er kommt zu dir. Not safe. Mir doch egal, wir gehen rein. Not safe. Not safe. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Da liegt was. Ein Baby. Mit halbwegs haben wir ja, das hat sie ja gesehen. Oh, fuck for me. Achtung, da kommt der Nix angerannt. Gut. Gut, übernehme ich den. Gut, ist erledigt. So. Oh, hier sind, glaube ich, ganz schön viele. Ja, neuerdings sind hier so viele Zombies. Das macht mir langsam Angst. Na ja, viel Dosen, Suppe und so weiter was. Leben auf. Oh, oh, verdammt. Wow, 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 PDF. Hast du's? Jo. Gut, da ist neuerdings ne Tür offen. Ah. So, jetzt. Oh, komm, wo kommt der? Ah, vorne. Warte mal. Hier liegt noch ein Hammer. Und ne Waffe, ne, ne Zeiger. Nimm mit. Ich muss was gucken. Mit 10 Schuss, die ist voll. Gut, gut. Ist das ne Nahkampfwaffe? Ja, ne Rotflinte. Scheiße, okay. Hey, guckst du mal bitte hinten in Gebirge, ob da was ist? In Gebirge? Oh, ne, ich höre ganz schön viele Zombies. Oder ob da nur Zombies herumsträuchen. Das sind Zombies, das sind Zombies. Gut, ne, ich hatte nur Angst gehabt, dass das kein Zombie wäre, der dann rumgelaufen ist. Ah. Hier drüben ist der Supermarkt. In Ordnung, ich halte ein bisschen gerade noch aufschau, denn ich will hier nicht eins auf die Fresse bekommen heute. So schnell wie. Oh, ne, ich höre ganz schön viele Zombies. Die sind um die Ecke. Hier ist Wasser. Scheiße. Es kommt einer. Komm rein. Übernehmen. Hilf mir mal. Deck bitte. Mit vorne ab. Ich werfe jetzt ein Shamlight schon mal hin. So, bitte sehr. Oh, wie schön hell. Gut, hast du noch mehr Shams und so weiter? Ne. Alter, guck dir mal das hier an. Shamlight Disc. Hier haben wir Kaliber 12 Munition. Schrotflintenhülse. Ne mit. Das ist, glaube ich, für die Doppelflint. Hier, guck mal, Kaliber 12, guck mal, ob die dir passt. Kaliber 12. Oh, Rucksack ist voll. Nimm mal du hier diese Schrotflinten 2. Warte, ich kontrolliere erst mal. Ich nehme noch die Bengalo-Flag. Ne, bei mir gehen die nicht. Ne, gehen nicht, dann für was ist das? Die ist dann wahrscheinlich für die, warte, Mosberg und KT Decider. Und das ist hier für die Standard, okay. Okay, das heißt, nach dem Ausflug gehen wir zurück wieder ins Lager, um alles abzuliefern. Oh, hast du den Schatten gesehen? Ja. Geil, oder? Okay, das sieht geil aus. Wow. Das sieht geil aus. Warte mal, ich schmeiß noch das zweite Schamlicht aus. Warte, da ist Suppe, da ist Suppe, da ist Suppe, nehmen sie dir. Er kommt, er kommt. Warte, ich nehme schnell die Suppe. Okay. Alter. Ist ja geil, oder? Warte, dann mache ich noch einen dritten Versuch. Geh mal weg. Rennen die hin? Ja, die rennen hin. Ne, da rennen welche zu uns. Ja, die haben uns gesehen, ich weiß. Geh, rein, 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 rein. Ich übernehme. Komm zurück, komm zurück. Ich steh bereit. Entschuldigung, Entschuldigung. Fuck, ich bin gleich tot. Nimm die, hast du die Bandage noch mit? Ja, ich hab noch, äh, kannst du mir die Dosen-Suppe geben? Die hielt nämlich ein bisschen. Ich weiß. Warte mal. Bitte sehr, nimm. Danke. Schön, jetzt haben wir unsere Schamlicht und zwei da auszugeben gerade. Gut, jetzt hab ich bis zur Hälfte. Das ist gut. So wie gesagt, bei ja nichts, ich übernehme. Also, wenn ich demnächst wieder sterbe oder mit einem anderen Trupp unterwegs bin, packe ich alles ins Hauptlager noch von uns. Da ist was, im Unten? Mini-Teilung. Hab ich. Gehen wir ins Restaurant? Jo. Guck mal da, der Zombie. Ja. Komm bitte. Und guck mal, da laufen, sind das Spieler oder Zombies? Hallo? Warte, ich guck grad. Das ist, glaub ich, ein... Spieler-Zombie gewesen? Ne, Zombie, Zombie. Aber die sahen aus wie die Spieler. Die sterben. Übernimmst du den? Hm? Übernimmst du den? Ja. Gut. Ich muss ins Restaurant. Also nicht alles wegfressen. So, du... Übernimmst du? Ich schau mir schon mal den Weg weiter an. Gut. Okay, da ist Medizin. Warte mal. Ah, Medizin, ja. Nervt bitte? Wow, stell leid, white. Von wo kommt der, von wo kommt der? Ist erledigt. Gut. Hier. Schmerzmittel? Schmerzmittel. Wow. Was ist das? Auch Schmerzmittel. Gut. Da brauchen wir nur eins. Wir brauchen auch was ins Lager wieder. Gut. Gut, rein geht's. Hier ist noch... Dosen, Thun, Fisch, Dosensuppe. Perfekt. Die isst du direkt. Ich übernehme das Wasser und so. Ich bin gleich wieder voll. Müsli-Rie... Schade, es passt nichts mehr bei mir rein. Den Dosen-Thun, Fisch kann ich noch mitnehmen. Was bist du? Ja, ich bin... Was ist das? Ein Hammer. Okay. Weißt du, was das Geile ist? Was? Wasser brauchen wir eigentlich nie wieder zu suchen. Okay. Ich habe jetzt schon wieder acht Flaschen Wasser im Gepäck. Achtung, Zombie kommt rein. Hört sich zumindest so an. Ja, er kommt. Übernehme. Gut. Gut, gehen wir noch in ein Gebäude oder gehen wir aus der gottverdammten Stadt zurück? Raus. Wir gehen hier raus. Am besten, stimmt. Wieder zum Lager und dann ist alles... Klärchen. Was ich noch testen will. Warte mal. Sind nur in der Schubstüterwesen, okay. Oh, hier ist einer aufgestanden. Der kriegt dich nicht. So einfach ist das. Wo will der hin? Warte mal. Hilf mir. Hast du? Ja, ja, ja. Denn es gibt hier einen ganz gemeinen Trick. Die Summers kriegen Technik, aber du kriegst sie schon von oben. Ah, okay. Oh. So, warte mal. Gut, ich habe jetzt reingeschmissen. Wir können rein. Wir sehen dann hier auch vieles. Gut. Hier ist ein Hammer. Nehme ich mit. Schade, dass wir eine angeschmissene Shellite nicht mehr mitnehmen dürfen. So, was ist hier? Hier ist ein Abrisssystem gewesen. Achtung, ich übernehme. Gut. Gut ist tot. Hier liegt noch was. Töte Chips. Ne, brauchen wir nicht. Ja. Bringt uns gerade überhaupt nichts. Gut, dann gehen wir raus aus dem Dead Zone. Hier liegt noch ein Zombie hinter dir. Warte, den übernehme ich. Da. Ne, ne. Okay, übernimmst du schon. Gut. Naja, läuft wieder heute Abend. Gerade gegen 23, 22. So. Mitten in der Nacht. Mitten in der Nacht. So, ja. Wie hieß nochmal unser Charakter von den letzten Let's Play? Äh. Meiner hieß, glaube ich, The Zomic. Und deiner hieß KKPC Player 25 oder so. Gut. Wenn der tot ist, nachher. Wir machen ja auch gleich wieder eine Aufnahmepasse, liebe Zuschauer. Und dann seht ihr uns auch danach sofort wieder, wie wir durch die Zombie-Mazzen hetzen. Jo. Ich meine, Delta Peak. Jetzt mal wieder nach Delta Peak. Und zwar, wie ein Plalli schon immer gesagt hat, Daumen nach hoch. Bis dahin wünscht ihr, oder euch ja KKPC Player und... Seid Dome, KD. Alles Gute, eine gute Nacht. Ja, schläft schön. Und träumt das schön. Ja, von Zombies. Wuhu. Yay. So, bye bye und ciao. Ciao.